SWISS TXT AG 2 Da ist die Brettenbrunnen gegen den Eishof. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der letzte auf Platz 3, der kann er hier. Der ist oben. Der letzte auf Platz 3, der kann er hier. Der letzte auf Platz 3, der kann er hier. Der letzte auf Platz 3, der kann er hier. Der letzte auf Platz 3, der kann er hier. Der letzte auf Platz 3, der kann er hier. Der letzte auf Platz 3, der kann er hier. Kassel! 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 Jetzt haben wir! Du machst das Zinsberger. Auf der Mittellinie. Weil die ganze Zeit die man die ganze Zeit mit der anderen hätte. Wir gehen einfach zu. Kassel! 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 Tunnelbettel! Kassel! 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 Applaus Bravo! ... der UNFZ-Geschützfliege und auch ein ganz frühe Arzt von Scheibenbräunen, der UNFZ-Geschützfliege und auch ein ganz frühe Arzt von Scheibenbräunen, der UNFZ-Geschützfliege. So sieht man sich nicht darüber, um die unELLOW-Geschützfliege und alle anderen wechseln Ja, auf einmal ist der Kamerl so tot! Nein! Ja! 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 Weiter, weiter, weiter! Bis zum nächsten Mal!